Jo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge der Tag eines Simons. Das ist jetzt mittlerweile schon die 43. Folge. Es ist gerade mitten in der Nacht, halb zwei. Denn wir fliegen gleich später nach Mallorca. Ich habe schon richtig bange, ich habe schon richtig Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin schon seit zehn Jahren nochmal geflogen, deswegen habe ich ein kleines, mulmiges Gefühl. Besser gesagt ein großes. Ich habe jetzt auch schon wieder richtig großen Hunger gekriegt. Wir haben vorhin ein paar Nudeln gegessen. Ich werde mir jetzt noch einen Energy Cake reinpfeifen, bevor es dann losgeht. Wir werden ungefähr in einer Viertelstunde vom Taxi abgeholt. Und dann geht's los. Bevor es jetzt losgeht und wir noch daheim sind, zeige ich euch mal, was ich für ein cooles Paket bekommen habe von Chok Chai. Ich habe einmal thailändischen Knoblauch bekommen, dann thailändische Schalotten und dann ist es der Oberhammer. Das ist so eine Holzbox, die riecht richtig schön auf frischem Holz. Die macht mir hier auf. Richtig cooles Zeug, verschiedene Currypasten hier oben und hier unten lauter verschiedene Gewürze, Kurkumas dabei, Ingwer, früchtiges Curry, Zimt und lauter cooles Zeug. Riecht auch schon richtig gut. Hier ist der Koffer am Start. Fertig gepackt. So, das Taxi hat uns jetzt an den Flughafen gebracht. Wir sind jetzt hier. Ich bin richtig krass aufgeregt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber naja, wird schon werden. Und schmeckt deine Brezel? Richtig gut. Deine 3 Euro Brezel. Und dein 3 Euro Getränk. Stimmt, da gibt es ja noch Pfand drauf. Juhu. Wie geht es dir? Ich sehe nichts. Meine Kontaktlinzen sind ausgetrocknet. Nicht ab Angst. Ich freue mich so, zu fliegen. Leute, gleich landen wir. Wir haben überlebt. Wie am liebsten. So, jetzt füllen wir unser Köfferchen. Und ich muss echt total dringend aufs Klo. Ich war keinmal während des Flugs. Hinter dir stehen Leute, aber ist okay. Und, was sagt das Klima? Oh, es wird schon wärmer auf jeden Fall. Du bist total wärmer. Ich habe mir hier jetzt direkt mal so einen Sunny Juice geholt. Ich habe übelsten Durst. Und ich brauche auch mal ein bisschen Zucker. Kommt man hier aus dem Flugplatz raus und hat direkt schöne Palmen am Start. Richtig geil. So Leute, um die Wartezeit ein bisschen zu verbessern. Gibt es jetzt noch ein paar Cashewkerne. Cashewkerne gehen einfach immer. Richtig guter Snack. Sehr gesunde Fettsäuren. Kann ich nur empfehlen. Kostet ein bisschen was. Aber die Investition in Cashewkerne lohnt sich eigentlich immer. Und da ist ein bisschen was. Auf Wiedersehen. Sorten. Agarantina під Fallon. Ja. Dann war das. Und wenn man với Radon. Hallo. Smentiert. Wie ist he! Wie ist das venir? Och*** ich will parallel haben. So, wir sind jetzt an unserem Hotel angekommen, haben jetzt eingecheckt und jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwas Essbares noch finden. Das Buffet sollte noch bis 10 Uhr gehen. Sieht echt cool aus hier. Wir haben jetzt auch direkt WLAN gekauft und eine Fernbedienung. Man kann sich hier lauter Sachen holen. Normale Getränke, Slash, Kaffee und Säfte. Echt geil gemacht. Papp süßes Zeug, aber irgendwie geil. So Leute, wir haben jetzt ein bisschen Tischtennis gespielt. Ich habe mir gerade mal das Fitnessstudio angeschaut. Das ist irgendwie nicht so das Wahre. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Liegestützen gemacht, ein bisschen aufgepumpt. Und wir schauen jetzt, dass wir dann unser Zimmer bekommen. Und dann gehen wir endlich an den Strand. Wir betreten zum ersten Mal unser Hotelzimmer. Holy moly, Macaroni. Erstmal hier dick. Oh, yeah buddy. Oh, wir haben sogar einen Balkon, ja? Voll cool. Oh, hier eine Shisha wäre geil. Noch richtig alter Fernseher hier. Ja, ich meine ins Klo gucken. Wie ist das Klo hier? Alter, voll Oldschool hier. Piau. Sexy Duhlvorhang. Ja, es ist jetzt nicht das krasseste Hotel, aber ich glaube, wir können uns damit zufrieden geben, oder? So Leute, ich bin hier gerade auf unserem Balkon. Richtig coole Aussicht hier. So richtig, richtig geiles Wetter. Ich habe jetzt mal meine Brille aufgesetzt, weil wir haben heute Nacht kein bisschen geschlafen. Weil unser Flug ja schon um vier Uhr nachts ging und wir um zwei dort sein mussten. Ja, ich habe jetzt mal meine Brille aufgesetzt, um einfach mal meine Augen ein bisschen zu schonen. Ich habe ja Kontaktlinsen und die sind total ausgetrocknet. Und gegen die Müdigkeit gönne ich mir hier gerade einen schönen Espresso. Wir werden jetzt kurz meine Augen ein bisschen erholen lassen. Und dann werden wir mal in den Supermarkt da vorne schauen, was es da ein bisschen gibt. Einfach Interesse halber. Und auf jeden Fall geht es dann auch später noch an den Strand. Ich weiß nicht, ob ich da heute schon die Kamera mitnehme am ersten Tag. Wir haben auf jeden Fall auch eine Action Cam am Start. Da werden auch noch coole Aufnahmen für euch kommen. Was geht ab, Leute? Wir waren gerade in so einem kleinen Supermarkt, wo es so Accessoires fürs Schwimmen gibt. Luftmatratzen, Kescher und so weiter. Ich wollte noch nach einer Taucherbrille gucken. Das können wir ja dann noch machen. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Schlappen gekauft. Ich glaube, die haben jetzt gerade mal acht Euro oder so gekostet. Deswegen ist das voll geil. Voll easy. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall noch irgendwas zu essen. Schauen wir mal, was es da noch gibt. Yo, 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 Leute. Wir haben es jetzt immer noch nicht geschafft, am Strand zu sein, am Strand zu kommen. Aber wir waren jetzt in so einem Eroski-Sender. Und da hat mich dieser Energy Drink angelächelt. Burn Energy Drink Zero. Den werde ich jetzt mal für euch testen. Ich vermute mal, der schmeckt genauso wie der Monster. Monster Zero. Ja, schmeckt ähnlich wie der Monster Zero. Aber gut. Leute, wir sind noch mehr. So geil. Das ist richtig geil, Leute. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Und ich will nur wissen, warum. You got me so stressed. Yo, Freunde. Wir waren gerade ewig lang am Strand. Haben uns gesonnt. Ich war mal am Meer. War richtig, richtig geil. Voll die krassen Wellen. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Jetzt gerade laufen wir wieder zurück zu unserem Hotel. Und schauen mal, was es heute ein wenig zu essen gibt. Ich hab richtig, richtig cool damit. Viel Kalorien verbraucht. Viel durch den Strand, äh, viel über den Strand gelaufen. Yo, wir sehen uns dann, Freunde. So, Leute. Wir haben eine Planänderung gemacht. Ich war jetzt noch erst duschen und hab meine Saps mal genommen. Das hab ich vorhin vergessen. Und jetzt geht's endlich mal zum Essen. Ich hab richtig Bock. Ich hoffe, da gibt's irgendwas einigermaßen cleanes. Ich zeig euch jetzt noch mal von hier oben die Aussicht. Wenn keine Leute da sind. So, wir waren gerade essen. Ich hab euch ja gerade mal eine Szene eingeblendet vor dem Teller. Aber mir fehlt ganz ehrlich hier ein bisschen das Eiweiß. Und jetzt, keine Ahnung, es gab gebackenen Fisch und Currywurst oder Bockwurst oder was auch immer das war. Wie will ich denn da mein Eiweiß draus beziehen? Und ich, Idiot, hab natürlich auch kein Eiweißpulver dabei. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es morgen irgendwie Fleisch oder so irgendwas gibt, damit ich meinen Eiweißbedarf irgendwie decken kann. Was sagst du da dazu? Was machen wir ansonsten? Ansonsten gehe ich in den scheiß Supermarkt und kaufe mir vier Kilo Pudenbrust. Nee. Wieso nicht? Dann gehen wir ins Fitnesscenter, was es da gibt. Eiweißpulver? Ja. Alles klar. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Fazit zum ersten Tag. Ist ein cooles Örtchen. Essen war ganz okay. Wie gesagt, Eiweiß fehlt. Aber ansonsten geile Location. Zimmer ist okay. Ich bin gespannt auf die nächsten Tage. Peace, peace. So Leute, wir waren jetzt gerade noch ein bisschen spazieren in der Stadt. Haben uns die Stadt angeguckt. Echt cool. Coole Bars und coole Einrichtungen, coole Läden. Hat echt Bock gemacht. Ich bin jetzt echt mega müde. Wir haben ja heute Nacht echt, ich sag dauernd echt, Alter. Ich kann gar nicht mehr gescheit reden. Wir haben ja heute Nacht fast gar nicht geschlafen. Nur ein bisschen so gedöst im Flugzeug und im Bus danach. Na ja, an dieser Stelle möchte ich jetzt das Video beenden. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo und einen Kommentar natürlich auch. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt auch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Oder war noch ein Mühe, das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Na klar.